Was ist das? Was ist das? Was ist das? Imperiali! Hat mich jemand erkannt? Es wäre ein Gnehmli, was er sich immer wünscht. Dann könnt ihr ihre Fantasie frei wahlzeln lassen. Wir haben es schnell geklärt. Zur Speisung der vielen, zugunsten der wenigen. Kommen Sie mit mir zum Sammichraus? Ja. Ja. Wart ihr eine gute Person in diesem vergangenen Jahr? 30 Prozent. 30 Prozent. Das ist das Geld. Das ist der Kredit. Ja, ja. Warne Münze. Zinses Zins. Kredit verhungert. 3. Dann ist alles noch in Ordnung. Ja. Aber wir können sie jetzt wegen Krediten. Dann musst du das Druck zahlen viel mehr, als du übermorgen bist. Ja. Und dann kommt alles gut für uns. Schaust du dir die Werbung an in der Zeitung? Ja. Ja. Es könnte Hoffnung bestehen. Liest du auch immer das über die Ausländer? Hast du einen Chef? Nein. Einen Boss? Sehr gut. Du bekommst einen Gritti-Bond, damit du lernst anständig keine Fragen zu stellen. Okay. Dieser Bond steht für alle Bonze. Amen. Leiß ihm den Kopf ab. Was in der Zeitung steht, ist immer wahr. Nein. Weil es war ja schon. Sonst könnte es ja nicht drin stehen. Hast du wenigstens einen Kredit aufgenommen? Äh, ja. Muss ich ja. Ahhhh. Sehr gut. Wir geben ihm den Bond. Einen Bond? Er hat den Bond verdient. Den Gritti-Bond. Hast du Zeitung gelesen? Ja, habe ich. Hast du geglaubt, was drin steht? Nein, nicht ganz alles. Nicht ganz alles. Nein, nein. Wir werden ihn in die Schuldenspirale bringen. Du, Samiklaus, sag mir, wer hat aus unserer Quelle getrunken? Das war Nestle. Wer hat mit dem Eisendöschle gespielt? Das war Glencore. Sehr gut. Bloß nicht reparieren. Reparieren heisst ja, dass man etwas gut nicht bekommt. Wo sind es denn? Wo sind es denn? Wo sind es denn? Wir sind denn? Wir sind die Halle in der Bibel, wir sind. Wir sind die Halle in der Bibel. Wie schön sind deine Boten, O sind es die Boten, O sind es die Boten, die Boten sind die Boten, die Boten sind die Boten. Oh super, danke vielmals. Wollen Sie auch? Danke schön. Die Boten sind zu allen. Wenn du zum Pracht, du zahlst zum Glück, wie ich zum Erdacht. O sind es die Boten, O sind es die Boten, ich will dich ein, O sind es die Boten, O sind es die Boten, O sind es die Boten, wie schön sind deine Boten. Ich gebe dir, wenn du nur fragst, du zahlst zurück, bis du verzagst. O sind es die Boten, O sind es die Boten, wie schön sind deine Boten. Wo, liebe Zwerge? Ich muss die Boten nicht nehmen. Die Boten sollten gehen. Oh, okay. Die Leute sind irgendwann viel zu anständig. Ja. Geht einkaufen! Geht einkaufen! Dschüss! Dschüss! Dschüss!